Hallo Pyros, heute teste ich für euch die Komet Kubischen Kanonschläge. So sehen die aus. Soll ich gar nicht lange reden, sondern direkt zünden. Viel Spaß bei der Zündung. Wow, schaut doch mal diese Rauchentwicklung an, herrlich. Mal direkt den nächsten machen. Oh, der geht schnell an. Heftig. Nur den letzten für euch. Wow, ich sehe diesen Rauch gesehen gerade, diesen Knall. Nicht schlecht die Teile. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal Pyros. Mach's. Mach's.